Moin moin liebe Leute, wir spielen wieder eine Adventure Map, diesmal von The Insiders 1000. Ja, die Map heißt schon Adventure für Zombay, also weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Aber ich habe gesagt, ich spiele erstmal alles bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, nur für mich Maps einsenden. Also spielen wir die auch und ich glaube, die habe ich auch noch nicht gesehen bei Zombay. Okay, hey und willkommen zu meiner zweiten Adventure Map, ich hoffe sie wird dir gefallen. Und nun mal zur Info, ich schicke diese Map an Zombay, Endzeitkind und Mr. Moorgame. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Regeln, keine Blöcke ab, obwohl doch, dann habe ich was gesagt, weil das ist ja dann trotzdem für uns drei. Egal, ich spiele und dieses Pink macht mich sehr merkwürdig. Ähm, keine Blöcke abbauen oder setzen, Gold ist ein Score, keine Cheats, äh, aber ich weiß, du benutzt sie. Nochmal, diese Map ist extra für Zombay, Endzeitkind und Mr. Moorgame erbaut. Ihr werdet sehen, warum, okay. Und was soll ich jetzt hier mit, äh, lol, steht da nur. Und hier steht, hi. Brauche ich die? Entschuldigung, ich bin schon wieder ein bisschen spät. Und ich habe gerade gut zwei Stunden vier aufgenommen. Folge dem Gravel. Ich folge mal dem, äh, Koppelsturm. Jetzt pisst das hier auf, ich weiß es nicht. Äh, ich sagte, folge dem Gravel, nicht dem Koppelsturm. Habe ich mir schon fast gedacht, dass sowas da ist. Was bist du, du bist ein Loch. Hallo Loch. Stell dich auf den Cobblestone und drücke den Schalter. Weiter. Okay. Also. Auch gut. Hat er irgendwas zum Schwierigkeitsgrad gesagt? Ich glaube nicht. Äh. Die Mr. Moorfalle. Ohaha. Nichts. Nichts. Gold, 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 gold. Ich mach das aus. Ah. Die Mr. Moorfalle. Ich geh mal rein. Oh, verdammt. Was? Kleiner Vorrat. Ich will gar nicht wissen, warum ich so viele Minecarts brauch. Ähm. Sonst war hier nichts mehr, ne? Gut. Wahrscheinlich hab ich eh wieder was übersehen, aber egal. Knopf. Keine Kiste vergessen. Ich weiß es nicht. Freude. 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 Ach ja. Gold, 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 gold. Und was zum löschen? Was zum Durstlöschen ist das. Ich trinke regelmäßig Lava. Weil ich kann. Ich mache das dann doch mal lieber so. Ich meine, ihr kennt mich. Das ist okay. Nein, nein, nein. So wie ich fange. Der alte Regaltrick. Gold, gold, gold. Ich bin gut. Manchmal. Hopp. Hopp. Nein. Mist. Das ist nicht meins. Das sehe ich jetzt schon. Hopp. Nein. Aber gerade noch so. Apfel ist gesund. Da muss ich doch gar nicht hin. Also muss ich da gar nicht hin. Und die Leitern sieht man echt scheiße. Ich kann mir schon vorstellen, was das ist. Ja, das war zu erwarten. Oh, das gucken wir uns aber nochmal an, ne. Wir sind ja neugierig. Oh, das ist... Geht ja noch. Interessant, dass immer nur eins explodiert. Folge jetzt der grünen Wolle. Oh, herzallerliebste Farbe, oder? So. So. Das ist das Letzte. Okay. So. 20 Volt Barren habe ich. Aber knapp, ne. Äh. Das war's von meiner zweiten Adventure Map. Hier nochmal ein kleines Special für euch. Ich weiß, es ist mir nicht gut gelungen, aber sowas baue ich zum ersten Mal. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Äh. Hinter dir ist nochmal ein bisschen TNT. Nehme ich doch dann auch mal ausnahmsweise. Ach ja, es gab 24 Volt Barren. Ich hab 20 viel auch noch. Äh. Erbauer, The Insiders 1000 und Table Dance LP. Aber im Singleplayer-Modus. Mr. Zombie-Kind. Ah ja. Okay. Wir sind Mr. Zombie-Kind. So eine genetische Mutation von uns. Ähm. Ja. 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 Was sag ich denn dazu, hä? Ich sag mal. Hm. Ich gebe in letzter Zeit viele Drei-Minus, oder? Aber Drei-Minus passt eigentlich immer ganz gut im Moment. War nett, doch. Und irgendwie die Beschwerden, das kommt nicht hin zu. Machen wir halt so. Machen wir halt so. Machen wir halt so drei. Machen wir so. Minus. Es eignet sich ja hervorragend hier. Diesmal springen wir uns nicht in die Luft, sondern gucken einfach mal. Ich dachte, wir wären draußen, oder so. Oh, verdammt. Ich habe heute einen Energy-Drink getrunken. Und jetzt springen wir uns doch. Tschüss. Und jetzt springen wir uns doch.